für stunden aktivieren das passt mir gar nicht das war klar dass du kleiner und das man hat das alle gesehen was der stil für ein armseliger armseliges kleines fresschen ist immer in den multi spring wieder und das ist ja ich weiß ja nicht was du da machst ich bin nicht im multi stream so jetzt ist es kaum ich gucke den ich habe gar kein platz dafür wieder ich dominiere dich ganz klar gewonnen ganz klar das war eindeutig lasst doch mal dass das doch hört auf war nicht lustig jetzt bist du dran nach der schule am großen tor ich sage dir freundchen ich sage jetzt holt er sich auch wieder die knarren weil ohne knarren kann jetzt die ja nicht gewinnen jetzt holt er oben weiß jetzt heute freiwillig in den tod hier bevor ich gegen dich hier nur erbärmlicher dass das ist jetzt sein plan ich zählen kannst schon nur ich würde stehen bleiben beim schießen das kann ich nicht verraten sorry ansonsten müsste ich mich töten was geht was geht hier ab was irgendwie glaube ich dass mein monitor zu zu niedrig ist weil ich gucke bei mir immer voll nach unten im stream war es ich habe eine rakete in meinem kopf und und ganz klar verdient gewonnen ist ja logisch moment ich habe meinen greenscreen gekillt diese ausreden da sekunde ich weiß anders kannst du nicht gewinnen aber du musst jetzt einfach mal einen moment warten so kannst du auf pause drücken oder ich kann ich noch einfach töten dann ist das auch egal ich kann nicht so schwer sieht man irgendwo punktestand oder nur dieses krönchen immer vielleicht schon im falschen modus aber sei doch froh dass wir keinen sehen ich meine wir wissen noch beide wo das hinkommen würde was du denn da sich in den tod schicken wirst du gleich merken und schafft es nicht mal glaubt man es muss wo bin ich wo war ich überhaupt und schafft es nicht mal du kannst mich mal ach du heiliger tschö 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 ach das geht auch guck mal ok äh was war das ach komm die verfolgen jetzt mich mein king of sticks ja so kennt man mich ach kriegen wir unterschiedliche nachrichten ja schade äh äh gills macht das eigentlich noch spaß wenn ich dich sofort resche oder pure skill ich weiß teilweise nicht was hier abgeht aber ok also ich gewinne das geht ab naja komm du hast jetzt gerade das krönchen wieder eben hatte ich es guck mal headshot von hinten was hast du gesehen jetzt habe ich das krönchen wieder nicht was das schöne ist du hast keine munition mehr ich schon gewonnen ich weiß nicht warum du immer so präzise irgendwas mache ich doch falsch nimmst du das steuerkreuz oder das pad nein ich nehme nur den joystick kann man irgendwie stehen bleiben auch nicht ne machst du das halt guck mal wenn ich mich nicht bewege dann schaffst du es mit so einem button nö glaub nicht keine ahnung was zum teufel machst du denn da ich bin ein endboss ich bin ein endboss und ich werde dich töten wundervoller schmetterling alles gut nichts 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 sieht aus wie wohl noch diese boshi hier Oh, die können wir in der Nähe. Hi. aber wieso stirbst du nicht wieso stirbst du nicht ich habe oben lebensanzahl aber warum stirbst du nicht tja verstehe ich nicht und dann muss ich dich wohl einfach so wieder verdreschen kennen wir ja das spiel nein gar nicht notwendig überhaupt nicht ich verstehe ich kann man die steuerung einsehen nur beim start habe ich das gesehen schade ich habe hier überhaupt keine deckung und du hast eben 1000 fach deckung was ist das denn übertreibt man nicht ja und wer hier im chat ist jetzt mal dafür dass wir den stil noch mal so richtig vermöbeln gibt es hier leute im chat die dafür sind stil vermöbeln zu lassen in der nächsten runde meine ich natürlich das denn hier passiert irgendwas mit diesem boden ja da passiert bestimmt was behindertes oh gott ist das krass was muss ich denn hier mit machen jetzt ich weiß nicht was ich machen muss hier fang da kommen wir mit laser pointer kannst du auf einmal ich stresse dich jetzt einfach ein bisschen wie findest du es gestresst zu werden erst mal dass ein boss einen von uns erledigt hat das erste mal dass ich dich als boss besiegt habe und nicht als normal und wie sonst immer wie kotorin was übrigens glück keiner hier im chat an dass ich dich hier die ganze zeit das machen du weißt dass das nervige an diesen schlangen ist dass sie häufig auf den gehen der sie abgefeuert hat ja was da fehlte nur noch ein faustschlag wer glaubt dass die cheatet bitte mal hier in den chat und so ich sag ja die ist ein elender cheater sind da aber jetzt gerade noch mal gesehen haben nein 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 das ist fakt man sieht das ja eindeutig aber der kann auch nur mit waffen weiß man kann auch nur mit waffen aber ich hätte ja schon gerne mal so eine gesamtpunkt zahlen damit einfach alle sehen können wir sich besser wenn es geht bis zum tun was ja schon aber ich hätte es gerne mit taten zahlen gelegt was auch dass du dich nicht selbst verletzt ne 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 okay hab mir nur sorgen um dich gemacht ich habe mir nur sorgen um dich gemacht und jetzt habe ich dir wieder eins auf die fesse schon die waffen wechseln um noch zu gewinnen ach dieses geheule hier immer dass du nicht runter fällst uns gefährlich manchmal ja katerie des kallor bleiben denn die sprüche bleiben denn die sprüche ja sogar schon meine waffen weg weil er nicht ohne kann wie weit ich weg war von dir ich hoffe ihr seht immer auf die fresse jetzt noch ein paar granaten und ich verliere das ist mir warm ich hole mir das könig zurück weil du es nicht verdient hast eine prinzessin zu sein das stimmt das ist ja dein privileg aber so muss so wie du junk red spielt ist das voll in dem level die waffe war nicht clever du warst nicht clever ich habe gar nicht hingeguckt was war los ja ja kurz eingenickt ne ja weil du so lange mal nicht bist dann kommt die bombe wieder zu dir na was machst du ach so ich dachte ich darf nur nicht von der getötet werden ich dachte mir schon dass man die sich gegenseitig rüber schießen muss du weißt doch wie das ist mit dem denken ne was ist das denn pferden die haben größere köpfe so pass auf weil ich töte dich jetzt einfach und dann habe ich gewonnen nein 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 wo bin ich nein ja das war auch mein problem easy vor allem купik boop wo bin ich nicht sehen wie die nieder ist egal ich habe gewonnen seltener anblick easy schwein gehabt was das denn es war die ganze zeit nur glücklich nichts unter kontrolle was hat er zu seiner platte sagt der hätte gesagt du hast eine schöne platte das ist ja keine ahne so moment was dreht ich doch mal um kollege dreh dich um für dich die ist auch für dich und die auch danke schön bitte was nicht besser wird das level aber schlange wir hatten die ganzen leise schon wiederholen und wir haben keinen sieger das ist ein bisschen nervig ja kann man hier nichts anderes einstellen warte mal options editor main menü ist klar dass du mich jetzt wieder tötest weil es nicht anders kann es loser 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 kommen hier ich habe ich jetzt noch mal und da so richtig schön und eigentlich gehe irgendwann weiter nach unten dass ich merke also gedacht mit bloßen händen kollegen ich dich mit bloßen händen so es gibt anscheinend ich sehe keinen anderen spielmodus der mich eines eindeutigen sieger sieger identifizieren würde ok obwohl es echt was man da weise so wäre machte ich doch nun wieder selber um gewissen stories laufen wird komm her komm her komm her wir wissen doch wer den loser hier ist ganz du hast mir warm ich nicht komm bitte 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 wieder das hier versucht aber wissen wir alle dass das nicht schaffen kann die sie die den fall ausrasten voll unnötig sie sind stress macht aber so ist er ist die so ist er ist die jetzt stirbt er auch noch elendig da hinten komisch ich wundere mich gerade warum sich das wiederholt weil es wahrscheinlich ein level mehr gibt wir haben wahrscheinlich alles durchgespielt ok oh ich habe gewonnen wir sollen mal rausgehen wieder weil das ist ja sonst warte noch kurz jetzt können wir rausgehen ja main menu ok dann gehen wir mal eben ins main menu und gucken mal ob es nicht das main menu ist aber auch nicht viel ne ne host match auto pick up chat faust den kann man mal anmachen ziehe ich dich jetzt in regenerate hp nö ja sollen wir mal eins der anderen spiele ausprobieren ja probieren wir mal den nächsten okay 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 quit game so 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 Untertitelung des ZDF, 2020